Konnichiwa ihr Ninjas da draußen, heute wieder zu einer Folge F1 2017 im Multiplayer mit den Nasen, Fresh Fries, Onkel Poppy, Dosenbierdose, Rufus, Schnicke und meine Wohlenigkeit im G-Bus mit. Hallo. Servus. Ich habe mich gerade an die Nase gefasst, weil er Nasen gesagt hat. Ich muss kacken. Ja, lass laufen. Es regnet. Oh nein, jetzt habe ich außer sehen, mein Benzin nicht. Die Sache ist, Rufus, bei dir ist es ja wie immer, ob jetzt scheiße oben rauskommt oder unten. Nimmt sie nix. Ist immer flüssig, was rauskommt. Wie viel habe ich damit? 5 Runden, passt doch. Ja, Sprit, Sprit, Sprit. So, 30 Runden müssen reichen. Ja, immer voll tanken, ne? Ja, ja, voll tanken ist immer cool. Du kannst ja schon mal fürs Rennen. Denk daran, dass es beim Fahren vor allem... Ja, ich will raus. Wie man hier rauskommt bei der Boxenfahrt, ne? Ja, ja, wer schon übelstweigst nach hinten. Und wenn du die Richtung änderst zur Außenseite des Autos. Jo, und einmal geradeaus durch. So, schau mal, die erste Abkürzung. Wir sind da jetzt in der ersten... in der ersten Dingens. Hey, 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 hey. Also, bist du hinter mir? Ne, ich bin gleich hinter dir. Hallo. Soll ich jetzt gleich breakfast? Ja, ich bin hinter dir. Das kannst du machen. Ich habe die Kontrolle selber. So ist das nicht. Ich kann doch nicht. Alles, was ich tue, ist nicht meine Wenigkeit. Jetzt. Beine hochlegen. Ich hoffe, das Setup haut hinten. Äh, ich auch. Hoffe ich auch. Besonders, weil im Zeitfahren war das ja immer im Hellen so. Ja, ja. Ist was komplett anderes, ne? Ne, das ist ein Rad Bull hinter mir. Ich bin das. Ja, der ist gerade gegen die Wand gefahren. Nein. Die Wand geht in der Rad Bull. Echt? Echt ernst? Wow, und schon mal geradeaus gefahren. Dankeschön. Ja, ist bei dir. Ja, ist ein bisschen gelb. Also, nur durch, äh, durch, äh, nur durchkommen und dann gibt's fett Punkte, oder wie? Ja, es hat nichts. Wäre, wäre cool, wenn das so funktionieren würde. Also, ich würde jetzt auch den ersten paar Metern sagen, das Setup funktioniert. Ja, funktioniert er. Ich hab nur einmal spät gebremst. Ja, wer später bremst, ist länger schnell. Ja, hab ich auch gehört. War nicht ganz richtig scheinbar. Nicht? Nein. Fake News. Da wird dann abrupt gebremst, oder wie? Naja. Oh, da macht Rufus den Fehler. Ne, ich find das, das Setup fährt sich top. Also, ich glaub, mit dem kann man arbeiten. Bisher, ja. Oh, einmal die Wand geknutscht bitte, danke. Hm. Mal gucken wir mal, was drin ist. Naja, nur 1,39 sollte heute drin sein. Ja, wenn alles perfekt läuft, dann schon. Hm. Aber nur wenn. So, mal gucken. Ja, mal gucken. Ich bin mitten im Gucken. Wie, im Gucken? Bist du am Fahren, oder nicht? Im Gucken. Naja, ist dem Zuschauer, oder? Guck mir zu. Achso. Guckt sich noch was ab. Uah. Ja, mal guckt er grad bei Rufus, ne? Ja, hat sich so angehört. Oh, der Pascal. Oh, der Romano. Oh. Oh, der Fernando. Ja, weiterlesen. Ja, kommt keiner mehr. Ja. Oh, der Freshwise. Nein. Oh, der Rufus. 1,40 haut er raus. Oh. Nett, nett, nett. Kann man mal machen, ne? Ja. Komm, erstmal 1,41. Leicht mir. Was hat er alles abgekürzt? Alles. Wo es nur geht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, die Zeit ist für'n Arsch. Zu spät gebremst. Gut, dass ich bei der erst gezeiteten Runde eigentlich nicht so konzentriert bin. Ja, ich auch nicht. Ein Vorteil hat's ja, wenn du dich verbremst, ne? Die zweite Zeit wird immer besser. Nicht zwingend. Ja. Zweiter passt. Dann bin ich zumindest das Innenrufus. Juckt mich nicht. Sagst du jetzt noch? Ja, das juckt erst mit Trash-Innen. Ja, ich bin vierter. Ich bin dann auch innen. Du bist dritter. Da guckt er direkt drauf. Ich bin vierzehnter. Wieso? Papi ist in, ne? Papi-Dose, ich bin in, ne? Noch hinter mir sein. Noch hinter mir sein. Was hast du gemacht? Wie gesagt, ich bin einmal geradeaus gefahren. Und jetzt habe ich eine Zeit mit plus 0,4. Zu spät gebremst einmal. Dann ist mir aber eben auch passiert. Oh, wer fährt denn da vor mir? Ich. Aha. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Oh! Rufus! Tja, was? Ich bin in. Hatze. Das wird nix. Ah, herrlich. Boxen-Sub. Rufus, ich bin direkt hinter dir. Ja, sowas juckt nicht. Und Schnicke ist auch innen. Ja, und ich bin erster. Ja, Schnicke haut dich erstmal raus und räumt erstmal, äh, gleichzeitig auch noch. Das war anders geplant. Vielleicht bitte. Wir haben angekündigt. Ja, Schnicke wollte Rufus raushauen. Achso. Ja, das geht trotzdem. Ja, das geht trotzdem noch immer nicht. Ist das langweilig. Wir sehen, dass wir auch den Beziehung für eine Wunde haben. Also. Mann, Jungen, schiebt schneller. Wart mal hin, eh, hier. War es ungültige Rundenzeit? Jawoll. Das ist das geschafft. Ich bin nicht in Karne nicht gefangen. So, vier dann. Ich bin eh in die Box. Ich dachte mir kaum passt, weißt du. Fünf Plätze Gritsstrafe. Oh, das wäre hart gewesen. Ich habe aber ehrlich gesagt mit gerechnet so ein bisschen. Ja. Wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Verfluchte Scheiße. Nicht Heizdecken anlegen. Können wir das Tablet auch vorher in die Hand. Oh, fuck. Wir haben noch Zeit, ne? Ja, fünf Minuten. Kaum noch Zeit. So, wie sieht es aus mit den Zeiten? Ruhig, Schnicke auf Rund. Wer hat denn am besten ersten Sektor Schnicke? Juhu. Zweitens Sektor. Freut mich doch mal, Schnicke. Hab ich doch, hast nicht gehört. Juhu. Juhu, hört sich an wie die Krebskreise. Geisterweine. Juhu. Ist halt echt so. Also, Poppy hier, an deiner Stelle würde ich jetzt einfahren für nur eine Weifen. Juhu, wenn mit einem Weifen wieder rausfahren. Auch wenn du 13. schneller bist. Jetzt habe ich ihn verloren in der Kurve. Ja, dann fahr lieber rein und hol frische Weifen. Erst nach Zeit. Er will das nur dodgen. Ja. Was will ich den dodgen? Der hat verloren Zeit. Nein, gewinnen. Ich habe ihm nur einen Tipp gegeben. Ach komm. Poppy ist ein Gewinner. Ja, noch besser. Aber ich dachte, wenn ich jetzt nochmal reinfahre, ja? Ich bin gerade raus. Ja, ich fahr jetzt auch raus. Ja, ich fahr jetzt auch raus. Vielleicht auch. Ich fahr jetzt noch mal raus. Äh, jetzt reinfahre. Ja, doch. Knapp, ne? Ne, knapp. Wenn du jetzt reinfährst, dann... Ja, ich muss die Runde noch fahren. Ach so. Na, das wird sehr schwer. Da muss jetzt Vollgas geben. Gibt Nasenauer. Uiuiui. 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 Ich fahr jetzt gleich die Schnelle einfach auf den alten Schlappen. Würd ich nicht machen. Dann würd ich lieber auf eine Runde verzichten. Würde ich auch machen an deiner Stelle. Weil dann... Ich fahr nochmal raus. Kannst du niemals zum Beispiel auf eine Einstopp-Strategie machen. Oh, mein Red Bull-Kollege fährt auch raus. Und ein Mercedes fährt raus. Ja, jetzt wird's voll, ne? Auf eine Einstopp kannst du immer, Rufus. Ja, aber mit den gelben Reifen im Dunkeln, äh, gerade in der Nacht... Da siehst du die Gelben. Das gäbe nicht so. In der Nacht ist es natürlich nicht so geil. Wegen den Temperaturen. Wenn der noch ein bisschen vor mir bremst, dann bin ich noch langsam. Du kannst auch nicht mit den Supersoft da durchfahren. Oh, jetzt hab ich das 80er. Dann bin ich kaputt gefahren. Oder wenn du eher in die Box machst. Können tust du schon, aber... Das verlierst halt immens. Aber ich glaube nicht, dass man das schafft, nicht mal rauszufahren, wenn du jetzt reinfährst. Ich bin gerade rein. Ich werd gerade reingeschoben. Ja, ich bin sehr knapp. Ja, es wird echt knapp. Also, ich fahr jetzt gerade raus und ich hoffe, dass ich es noch hinkriege. Nein. Nein, verdammt. Also, wenn du jetzt rausfährst, gehst du jetzt noch. Nein. 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 Nein, nein, nein. Weder nicht vorbei, der Kollege. Ich lass alle vorbei, aber dann... Also, ich hab eigentlich keinen vorbeigelassen. Dann fahr ich extra langsam, damit der eine... Damit ich ein bisschen Zeit habe. Komm mal hin hier. Nee, jetzt wird's schon nix mehr. Das wird nix mehr. Kannst du raus. Oh, dann wird's jetzt richtig knapp. Dann musst du sogar eine Vollgas-Einführungsrum gefahren. Dann schafft das nicht. Das ist egal. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Das wird nix mehr. Nee, jetzt wird's nix mehr. 27. Ich hoffe, ich glaube noch nicht mal, dass ich rüberkomme. Hm. Ich komm rüber. Ich lass sogar extra ein bisschen Platz zu dem vor mir, damit ich eine schnelle fahren kann. Ja, Poppy, du kommst auch riesig hin. Ohne Witz, die Einführungsrunde ist besser, als man die schnelle Runde eben. Hm. Das ist kacke. Bist du da vor mir, oder was? Wer? Fresh? Nein, ich weiß, glaube ich hinter mir, Poppy. Ich glaube, ich hab einen Ferrari gerade im Rückspiegel gesehen. Ich biege jetzt auf die Unterführung ein. Ja, da bin ich schon durch. Die Unterführung bin ich jetzt durch. Die Unterführung bin ich jetzt durch. Die Unterführung bin ich jetzt durch. Aber ich bin gerade noch rüber. Ja, dann geht's ja gut. Hallo. So, ruf uns jetzt durch, oder wie? Ja. Was ist deine schnellste Rufers? Immer noch dieselbe. 1,40, 2,50. Wir sehen nicht mehr rausgefahren. Nur Dose fahr, ich komme. Doch, ich bin rausgefahren, aber ich hab nach der Brücke in die Spitzkurve einen Fehler gemacht. Und hab 13. verloren oder so. Also ich war 13. noch voraus, aber ich hab's nicht hingekriegt. Harte Concentration und wieder verloren in der Kurve nach der Brücke. Ja, nehmen wir. Nice. Bam! Oh. Ah, hau da raus, der Junge. MG und Poppy können nur Konten. Naja, ich nicht mehr. Ah, MG, schade. Ah, ja. Dose kann nur Konten. Alter. Ich bin... Du bist nah herangekommen, Rufers. Ja, ja. Deswegen sag ich, schade. Uiuiui, vierter, ey. Alter Schwede. Pole. Das erste Mal überhaupt so gefühlt, ey. Das erste Mal macht... Ne, das zweite Mal hast du... Ne, letztes Mal hättest du auch Pole gehabt. Ja, aber da hab ich die 5 Platz gehabt. Ja, ja, ja. Die 5 Platz gridscht drauf. Er hat sogar die 1,40 geknackt. Respekt. Eine Sekunde. Das war knapp. Aber... Respekt, Fresh. Respekt. Respekt. Ja, wir alle wieder mal unter den Top 5. Außer Dose. Wo ist Dose? Das ist siebter. Dose ist siebter. Ich bin irgendwie mit halb vollem Tank gefahren, weil ich's nicht mal geschafft hab, das Benzin rauszummen von draußen musste. Oh, nicht schlecht. Wollt schon trainieren fürs Rennen, ey. Aber mit halb vollem Tank so ne Zeit. Respekt, Alter. Ja, das geht dann auch noch. Ja, okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt dir einen Daumen nach oben. Schreibt uns was in die Kommentare. Schaut auch bei den anderen vorbei. Wir sagen tschau und tschüss. Bis zum nächsten... Bis übermorgen. Tschau. 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 G 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